Video 4 – Wie man die Timeline benutzt Hallo, in diesem Tutorial werden wir die Timeline kennenlernen. Mit der Timeline wird definiert, wie in dem Tracker erzeugt Muster gespielt werden. Hierfür werden wir unser erstes Musikstück in Sunvox erstellen. Lassen Sie uns etwas versuchen, das Ihnen bekannt sein müsste. Wir wollen ein Stück komponieren, welches aus einer Melodie und einer schnellen Ostinato-Begleitung besteht. Die Melodie und die Begleitung haben verschiedene Längen. Also werde ich Ihnen zeigen, wie mithilfe der Timeline dieses Szenario in den Griff bekommen werden kann. Lassen Sie uns ein neues Projekt beginnen und ein paar Module für unsere Zwecke auswählen. Wir benötigen drei Analog Generators Einer ist direkt mit dem Output verbunden und wird für die Ostinato-Begleitung verwendet. Aus den Effects wählen wir ein Reverb. Und wir verbinden es mit dem Output. Die beiden Analog Generators auf der linken Seite müssen mit dem Reverb-Modul verbunden sein. Wir werden nun die beiden Analog Generators dazu nutzen, unsere Melodie zu spielen, indem wir sie einzeln mit verschiedenen Parametern versehen. Wir wollen, dass der Klang durch das Reverb-Modul geht, um ein volleres und wärmeres Klangerlebnis zu bekommen. Nun müssen wir eine Melodie in den Tracker schreiben. Lassen Sie uns den Analog Generator auswählen, auf den sich dieses Pattern bezieht und wir wählen im Menü Pattern Properties aus. Die Melodie ist sechs Viervierteltakte lang und wird in einem Loop wiederholt. Da jede Tracker-Linie eine sechzehnte Note repräsentiert, müssen wir 96 Linien Pattern erstellen und eine Spur, weil wir für den Moment nur ein Analog Generator kontrollieren wollen. Sobald der Tracker freigeschaltet ist, werde ich die Melodie schreiben, die Sie in der Beschreibung sehen können. Versuchen Sie mir dabei zu folgen und mir Ihnen dabei zu helfen, die Noten mithilfe der Pfeile in die richtige Spalte zu setzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir haben unsere Melodie geschrieben und können jetzt auf die Timeline schauen und sie anpassen, indem wir diese vertikale Leiste verschieben. Nun können wir unsere Melodie abspielen. Während die Melodie spielt, kann ich den dazugehörigen Analog Generator justieren, um andere Klänge zu bekommen. Das Reverb-Modul kann ich ebenfalls justieren. Lassen Sie uns zur Timeline zurückkehren. Ein Doppelklick auf einen leeren Teil der Timeline erzeugt ein leeres Muster. Wie Sie sehen können, wird unser Pattern von diesem pixeligen Quadrat repräsentiert und beinhaltet die Melodie, die wir hören, welche als Loop gespielt wird. Schieben Sie es unter das Pattern, das wir zuvor erstellt haben und stellen Sie sicher, dass es ganz am Anfang der Timeline positioniert ist. Auf diese Weise wird der Inhalt der beiden Muster synchronisiert bleiben. Lassen Sie uns den Tracker freischalten und im Menü Pattern Properties auswählen. Unser Ostinator besteht aus einer Sequenz aus 80 wiederholenden 16. Noten, also lassen Sie unser Pattern dementsprechend festlegen. Nun wählen wir den Analog Generator, auf den sich dieses Pattern beziehen wird, dasjenige, das nicht mit dem Reverb verbunden ist, und ich kann das Ostinator schreiben, wie Sie es in der Beschreibung sehen können. Okay, wenn wir auf die Timeline schauen, können Sie sehen, dass das Muster wesentlich kürzer als unsere Melodie ist. Wir müssen es so oft wie nötig klonen, um es auf die Länge der Melodie anzupassen. Das bedeutet, dass 96 Schritte von unserer Melodie bei 8 Schritten des Ostinatus gleich 12 Wiederholungen sind. Um dies zu erreichen, müssen wir zuerst das Muster auswählen, das wir klonen wollen, und dann aus dem Menü Clone auswählen. Nun haben wir zwei identische Patterns, die durch eine kleine grüne Linie miteinander verbunden sind. Das bedeutet, wenn ich eines dieser Muster bearbeite, wird dies automatisch auch das zweite beeinflussen. Lassen Sie uns diesen Vorgang so lange wiederholen, bis wir die gewünschte Länge erreicht haben. Nun können wir uns das Ostinator anhören und die dazugehörigen Analog Generators justieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt wählen wir das Pattern aus, das die Melodie enthält, und wählen im Menü Copy und dann wieder Paste und bewegen dieses Pattern einfach neben dasjenige, das die Melodie enthält. Dies haben wir getan, weil wir wollen, dass unsere Melodie, nachdem sie gespielt worden ist, noch einmal gespielt wird und dann aber leicht verändert, da wir ihr eine zweite Stimme hinzufügen wollen. Wir haben das Melodie-Pattern kopiert und nicht geklont, weil wir nicht wollen, dass die Änderungen, die wir jetzt vornehmen, die anderen Patterns beeinflussen. Aus dem obersten Menü wählen wir wieder Pattern Properties und fügen einen zweiten Track hinzu. Wir schalten den Tracker frei und wählen denjenigen Analog Generator aus, für den wir etwas schreiben wollen. Nun kann ich eine zweite Stimme schreiben, die Sie in der Beschreibung sehen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zu diesem Zeitpunkt können wir zu der Timeline zurückkehren und klonen wieder das Ostinato-Pattern, dass es auf die Länge unseres zweiten Melodie-Patterns passt. Nun können wir die Melodie mit dem Ostinator abspielen und die Parameter des Analog Generator justieren, der die zweite Stimme spielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie Sie sehen, können Sie dank der Timeline die Reihenfolge, wie die Muster abgespielt werden sollen, organisieren und diese in einer sinnvollen Art anordnen. Sogar wenn diese verschiedene Längen und Charakter haben. Sogar wenn diese Längelungen nicht umzusetzen, Sie sehen, können Sie使用 keinen Treibung alles anb갑en, Vielen Dank.